Hallo, mein Name ist Werner, ich bin Kooperationsmanager bei Airbus, habe gerade den Stresscoach, das Seminar bei Antje Heimsöd gemacht. Fünf Tage intensives Arbeiten in einer Gruppe von sechs Leuten in diesem Fall. Ganz tolles Team, wir haben sehr viel theoretische Inhalte kennengelernt, Methoden kennengelernt, sehr viel praktische Übungen gemacht und uns gegenseitig bereichert. Ich nehme sehr viel mit für meine Coachingpraxis und auch für die eigenen Themen, die ich zum Teil erledigen oder zumindest an Ansätzen behandeln konnte. Vielen Dank für das tolle Seminar.